da lesen hallo und herzlich willkommen zu der führer ja nicht nur bist du und am fluss uhr weggeschossen ich bin ich bin anfang vom fluss aus sind wenn er nur das ist passiert ist es für ja ja und am fluss und am fluss meinungslos das war auf die gewandt das ist ein Fehler ein was für ein Rundenstart an und herzlich willkommen und ich hab geschossen und ich will mich wieder auf Max Biet Junge du bist schon wieder so kaputt er hat 10 Sekunden hat er jetzt genau und ich werd geschossen und hab kein Wein mehr immer positiv denken guck mal das Loch im Zaun positiv denken das Loch im Zaun soll ich jetzt auf Montag das einer jetzt dass er den Zaun dich beobachtet hat oh hier sind wir, wir sind beim Trailerpack lol ja lass rein geht's mir da, da stellen wir auf jeden Fall sogar den Stammel haben wir auch auf der Arbeit ja ja, wir suchen jetzt einen Arbeitsmann komm ok hier sind auf jeden Fall hier ist auf jeden Fall mindestens hier sind auf jeden Fall Skeps mindestens Sven deswegen die Greifer zu fordern, oder? ja, weil wir PMC sind ich geh mal Treppe hoch Sven Treppe hoch Treppe hoch ja, ich muss die Treppe suchen oh äh von 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 ich hab auf den geschossen gefühlt hat er nix war drauf ach so er liebt er ist tot geistet der feld ist fertig gemacht so dass sie nun genug nicht beschützt sich eine gute posi legt ich hin legt ich hin und dann genau jetzt wusste ich jetzt die waffe das ist doch krass mal erst die waffe untersuchen muss man die auslösen kann er kriegt eine waffe alles nach meiner vorn die waffen kannst du auch haben nee nee du hast den ertrag ergebracht du hast das vollendet bin wieder unten warte wir kommen einfach mal mit dem munition prüfen b ne du stehst ein bisschen offen ich guck grad wie ich munition prüfen kann alter t sag ich ja nicht hoch rennen runter hast du sie geschlossen ich bin tot links verliert wer du hast du dann gebrust wenn ich doch weißt du der was sauer auf ich weiß ein teammate gekillt habe hundertprozentig glaube ich habe ihn kann ich dir zu gucken oder ist es bei mir feierabend das ist feierabend scheiße wo das auch einer gg hat das bein geschlossen faszinierend fühlt sich daran oh man ich bin grandpa janik ich kann nicht mehr und ich kann ja nicht weit schießen kann sich am besten aus ja ich kann nicht mal den anderen lupen weil da wieder einer ankommt das belastet auf der skala von 1 bis ja ich habe noch viel gedrückt habe ich guck mal der steff nicht mehr aus der granate ziehen ich wollte ihn noch mitnehmen die runde petro putsch mit meiner fokus erkenne mich an kamera so messern jetzt messern wir richtig krass stellet steil beruf kann ich das sagen wörter habe ich genau gesehen das war mit rechter maustaste ich dachte man kann irgendwie anvisieren oder so wir sind bei ausgang 17 gerade so gespawnt wenn wir quasi gerade ausgehen das sind alle op spieler ok ok mitten auf der straße ist schon einer die schichten die schichten ja alle auf und das hätte ich jetzt belastet das spieler das sind mal stichten das ist geht man nicht ok er hat schon gesagt ich lege mich ein ich warte bis er ankommt wasser wasser ich bin tot er hat mir ins gesicht geradet und habe ich getötet direkt auf dem da wo ich stand stecht zu wieso stehst du nicht er hat mich zugestochen wo bist du am see wo ist das wo bin ich wo ist das see ok da ist das see wo bin ich denn ich habe jetzt nach oben ich habe dann bin ich auf der straße auf den gleisen ok von mir rechts müsste die brücke sein oder ich bin bei der kreuzung quasi links er weiß ich leute gerade er steht neben der straße quasi leute immer noch ja jetzt doch ich habe mich jetzt hingelegt ja ok dann bist du das ok ich weiß immer noch wie du bist hier hinter dir ach da ja die letzten meter sind ist ein unterschied also hier einmal rüber rüber rennen bist du bei mir ja ok ich werde hundertprozentig den ausganglich finden wenn du ja weg bist jetzt sind wir quasi auf der fast in der mitte der map wir müssen gleich über die schlimme straße rüber wo wir letztesmal einen heller gekriegt haben scheiße ich gehe ruhig vor weil da ist auch ist auch alles gleich ich versuche ich bin hier ok äh lol extraktion öhn 3 2 ja das stell dich woanders hin ich bin raus wirst du warte Freunde weißt du haut einfach ab das war also die kreuzung das war da wo du letztesmal stand es quasi oder wie ich stand genau hinter dir hau da einfach ohne mich abweißig und sonst oder bin ich in die falsche richtung gelaufen ja ich habe ich glaube ich habe die einfach weggebracht na gut jetzt haben wir jetzt geht es mir wieder hin mir auf den sack immerhin überlebt und keine Ausrüstung weißt du das ist ein Sven weißt du das macht nichts dagegen dass er extraiert wird das ist so jetzt mal wenn ich das hier gebe ich den Händler und er will die die 60 ja kann so das sein ich bin wieder auf der Straße ah Stacheldraht 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 es ist eine Tancke aber es ist die Tancke Wer weiß das ist nicht die Tancke wo ich sowieso hin muss aber um Gott auf zu gucken das ist nicht wir sind auch hier so würde ich natürlich auch gut hier liegen drei Läfen St ich bin ich bin ich bin ich bin jetzt nicht ich bin jetzt muss ich nur noch hoffen dass ich überlegen A ich bin so einsteiger Prozess durch die neue Waffe gefunden A Mann er ist ich bin auch schon 4 Minuten oh shit ich bin jetzt weiter und es geht wieder los muss ich hinten rum versuchen oh du schlag wieder du und das wieder im vom die kommentare aus dem Off von Misty ich tue gar nichts ich habe meinen Job schon erledigt ja schnell erst den Staub machen hier ist eine alte Tancke und dann quasi hinten rechts das ist okay eine Minute oh eine Minute 34 54 Sekunden das ist anscheinend nicht mein Ausgang ich bin im Ausgang aber das ist mein Ausgang ja GG oh man alte Tankstelle ich bin bei allen in der Tankstelle großartig alte Tankstelle man ist an der alten Tankstelle man darf nicht rein und dort hmm ja ladies und gentlemen das war die enttäuschteste Folge aller Zeiten fehlende Fests einsteigen bis zum nächsten Mal hauen sie rein tschau tschüss bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020